Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zu einer Box, wo nicht Leia neben mir sitzt, sondern Marke. Und dies ist eine Box, die er eigentlich für sich bestellt hat und die er jetzt auch schon auf seinem Kanal ausgeführt hat. Und ich hoffe, ich kann diesmal wirklich seinen Kanal in der Infobox verlenken, weil letztes Mal habe ich das auch gesagt und der Kanal war einfach noch nicht fertig. Er ist auch glaube ich jetzt gerade in diesem Moment noch nicht fertig. Aber er hat jetzt eine Woche frei und ich hoffe, dass es dann fertig wird. Wie gesagt, er hat die jetzt gerade in seinem Kanal ausgepackt und ich profitiere jetzt einfach davon, das ganz normal auf Deutsch zu machen für euch. Das ist eine Woodchest, nein, Woodbox. Das ist alles im Thema Gaming und hat jeden Monat ein spezifisches Thema. Gaming und Popkultur. Popkultur, ja. Und ich muss dazu sagen, meine Box kommt jetzt bald auch an. Die ist für mich, die habe ich mir bestellt. Das ist die Lootchest. Die geht auch um Gaming, aber eher Popkultur, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Da ist aber keine von diesen blöden Popfiguren drin, sobald ich das richtig gesehen habe, weil hier sind die oft drin. Marc hatte die letzten Monat schon bekommen. Da waren zwei Boxen sogar. In beiden Boxen waren Popfiguren drin. Da habe ich euch natürlich mitgenommen, weil ich nicht auf die glorreiche Idee gekommen bin, dass ich das hier natürlich mal auf Deutsch machen könnte. Aber ja, ich hoffe, das gefällt euch. Wir fangen jetzt an. Bei den letzten zwei Boxen stand hier große Woodbox drauf. Diesmal komischerweise nicht. Und ja, wir packen jetzt mal auf. Immer wie wenn ich es mache, wir ziehen raus. Congratulations. Also Glückwünsche. Chere Wouter. Nein, das sind jetzt schon drei Monate. Das heißt, letztes Mal hast du zwei bekommen, das heißt, wir haben die zwei Monate gleichzeitig geschickt. Kann sein. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du eine Überraschung, die in den nächsten mehr kommt. Ja. Ein super Heroic. Irgendwas mit Superhüten. Ja, weil du hast gesagt, Starktower. Starktower. Dann kann sein, etwas wie Marvel oder Avenger. Ich habe ihn extra mitgenommen. Der wird auch bei meiner Box mit dabei sein, weil ich halt viele Sachen aber nicht so gut kenne. Bei der Loot Chess hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass ich mehr kenne. Bei der Root Box sind oft jemanden dabei, die ich halt gar nicht kenne. Aber ich nehme Schütze mit. Ich bin echt einig, ja was. Ach, ich wollte nicht reingucken. Ach, das ist das Box? Das Box. Das ist das Box. Das ist das Heft. Das Thema ist Monsters, also Monsters dieses Mal. Ich gucke noch nicht da mit euch rein, wir gucken das gleich an, denn da steht alles drin, was in der Box ist. Ja. Ich glaube, das ist das T-Shirt. Es ist immer ein T-Shirt mit drin. Okay, es ist kein T-Shirt. Nein. Es ist ein Puzzle. Ja. So wie es aussieht. Ich würde sagen, eine gängige Größe von Puzzlestücken. Tausend. Ach, wie süß. Gremlins. Ja. Kleine lustige Geschichte dazu. Genau das. Wenn ich mit meiner Familie am Telefon bin und die Kleine irgendwo am Spielen ist, so wie sie es gerade auch macht, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja. Ja. Dann sagen die immer alle, die hört sich an wie so ein Kremlin. Deswegen wird das eigentlich gute über ihrem Bettchen passen. Dabei muss ich auch sagen, Marc ist ein sehr großer Puzzle-Fan. Und er hat noch so viel Puzzle selbst noch zu machen. Ja, ich hoffe, das wird sehr, sehr gut gefallen. So sieht das aus. Tu mal den Kopf weg. So. Ich hoffe, das wokussiert jetzt ein bisschen. Ist jetzt nicht so mein Stil, aber ist okay. Sehr arg. Krimins. Das sind drei Regeln. Kein Essen. Keine Hitze. Kein Essen ab 12 Uhr. Ja. Keine Hitze. Und... Keine Wasser. Kein Wasser. Krimins halt. Das war schon schon immer. Was macht's weiter? Dann nehme ich mal die Box. Boxes are me to be opened. Boxen sind da zum öffnen. Wo mich reise. Das sieht mir ganz nach Alien aus. Da steht ja auch Alien drauf. Das ist die Box. Alien, 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 Alien. Und Alien. Er liebt Alien. Ich kann's auch. Da kann ich besprechen. Krimins kann ich auch. Und es ist eine Figur, wenn ich jetzt richtig sehe. Ja. Ein sabberndes Alien in einer Metallkette. Ja, Metallkette. So sieht das dann aus. Ist das zum Aufbauen oder ist die schon fertig? Nee, das ist schon fertig. Also. Ja. Kann ich die raus holen? Ja, ja. Aber das ist eine Alien-Parodie. Die hat wohl gut Ecken schon weg. Also als... Ja. Die Box scheint nicht so gut behandelt worden zu sein. Nee. Kannst du mal... Danke. Und wieder ist es eine Parodie. Ich muss ehrlich sein. Er wollte ja immer durch Alien gucken, aber ich schrieb das einfach nicht. Ja. In den Tissuen, wie du dir gemacht hast. Das ist eine kleine Komische. Ach, ich habe im Zirkus, also ich habe ja im Zirkus mal trainiert und da habe ich Tissue gemacht. Das ist so ein Seil, wo man halt drin Akrobatik macht, eben in der Luft. Und der macht das halt jetzt gerade in so einer Eisenkette. Ja. Sieht lustig aus, aber... Süß. Besser als Pop. Ja. Ich bin immer so heiße da drin, das Ganze wieder reinzukriegen. Danke. Dann möchte jemand mitreden. Kannst du dir mal mitnehmen. Bitte schön. Die möchte immer mitreden bei den Videos. Ist das normal? Sag hallo. Deine Kollege, Alien. Sag hallo. Sie liebt... Sie liebt Alien. Alien. Wenn wir schauen, wenn wir einen Film schauen und jemand töten die Alien, die guckt immer so traurig und sie kreist. Sie liebt Trauerfilme, also da hat sie gar nichts von mir. Also da... Nie. Wutschufu, Wutschufu. Willst du mir das packen? Bei Monsters bist du dabei, ne? Ja. Das fühlt sich aber jetzt ein T-Shirt an. Ja. Kenn ich's? Kenn ich's? Kenn ich's? Oder kenn ich's nicht? Vielleicht von... Name. Josh? Ja. Kenn ich nicht. Das ist das T-Shirt. Sie sag mir jetzt gar nichts. Nein? Nein. Nein. Heißt der Film so? Äh... In... Englisch, ja. In Französisch... Das ist... Les Dons de la Mer. ...ave le Grand Roquin. Leia fragt gerade, wie viel rauszugen. Äh, ne, kenn ich nicht. Wie gesagt, die Größe ist M. Das ist halt Marc's Box. Meine Box ist ein S. Er hat das Box vom letzten T-Shirt, glaub ich, auch gerade an. Ja. Ja. Das T-Shirt vom letzten Box. Den Weg. Ja. Ja. Ja, qualitativ finde ich die auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Das Motiv kenne ich auf jeden Fall. Zaitama kenne ich. Gute aus nicht. Ein YouTube-Outel. Ein YouTube-Outel. Jurassic Park, ja, das kenne ich auch. Die habe ich auch gesehen. Ja, alle. Es gibt doch nur Jurassic Park und Jurassic World, nicht? Mhm. Jurassic World ist die... Let's see. Es gibt doch irgendwie keine. Jurassic Park. Ein, zwei, drei. Jurassic World. Ich weiß es nicht, wirst du so lange her, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Jurassic Park gesehen und Jurassic World. Jo. Nicht schlecht, auch wenn wir meistens eher mit den großen Kisten einkaufen gehen. Aber wenn man mal so Kleinigkeiten baut, sind die gar nicht schlecht. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch gar keinen YouTube-Sack zu Hause. Nee. Ist auch noch was drin? Ja. Ganz klein. Ach ja, der Pin. In jeder Rootbox ist immer ein Pin drin. Ja. Das ist jetzt der von meiiin. Und das ist halt von Jurassic Park. Ja. Eine eingefangene Moskito. Ja. Der Lombre. Ja. Schatten mit mal Lombre. Jo. Jetzt würde ich sagen, stellen wir das mal kurz auf Seite. Ah ne, ich wollte euch mal das Interieur mal hier mal gezeigt. Sie machen immer. Das ist sehr schön gestaltet immer. Ja. Diesmal ist es halt eine Box, würde ich sagen, wo man Tiere drin einfangen kann. Ja. Ja. Die nehme ich mir auch. Letztes Mal hatte er ja zwei Boxen. Die habe ich mir genommen für die Kita zu basteln, weil ich dann halt gut auf der einen Seite wie hier jetzt was draufkleben konnte für ein Spiel zu machen zum Beispiel. Und von hinten sieht es dann nicht ganz so kacke aus. Weil dann halt ein schönes Bild mit dem Ball. Werde ich die wohl wahrscheinlich auch wieder auf Seite legen. Ich hoffe bei meiner Loot Chest ist das auch ungefähr so gemacht. Dann habe ich nämlich viel Bastelmaterial zu Hause. So. 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 Die war gerade erst draußen. Ja. Nur zur Info. Gucken wir jetzt mal. Ah, hier stehen die Preise mit drin. Das ist sehr gut. Also die, ähm, ich stehe es mal um. Ah ne, sehe ich ja gar nichts. Ne, ich sehe es auch. Also. Die Figur kostet im Handel 18 Euro. Wie viel hat die, kostet die pro Monat? Die Box? Hm. Schmeiß ich nicht. 30, ne? Ja. Oder 28, irgendwie sowas. Ist man ja mit 18 Euro schon mal nicht echt dran. Dann das T-Shirt. Die T-Shirts kosten glaube ich immer so um die 20 Euro. Mhm. Weil die halt qualitativ auch sehr gut sind. Das Puzzle kostet 11 Euro. Mhm. Der Jutebeutel 10 Euro. Und der Pin 5 Euro. Also haben wir einen sehr guten Mehrwert. Natürlich bekommen die alles günstiger, weil die alles halt in großen Massen einkaufen. Mhm. Aber das sind halt die Einzelhandelpreise. Und ich glaube den Pin, den kann man eigentlich nur entweder in den Boxen oder auf ihrer Seite bekommen. Sonst gar nicht. Aber du kannst schon noch die Foto von der Community. Sie hat die letzte Woodbox, nicht die selber wie ich. Guck, das ist eine andere Figurin. Ja, aber ich sag die Pins. Ah, die Pins hier schon richtig. Die kriegt man glaube ich nirgends woanders in den Geschäften wie die. Die Pops, die kriegt man ja oft noch woanders zu kaufen. Aber die Pins sind eigentlich immer welche speziell von Woodbox selber. Ja, es sind halt auch viele YouTuber, andere YouTuber und andere Leute. Instagram und alles. Die halt diese Boxen bekommen. Da letzte Woche war Fight Club. Oder letzten Monat war Fight Club. Mhm. Also. Und äh. Ja. Es gibt natürlich auch so. Die Collector Boxen. Die Collector Boxen. Die halt so spezifischen Filmen oder Serien. Wo auch eine Harry Potter Box bei ist. Die ich sehr schön finde. Aber die halt auch wieder 3 Euro ist. Die ist 37 Euro, 38 Euro. Da ich ja jetzt noch die Loot Chats bestellt habe, werde ich mir die nicht bestellen. Äh. Das können eventuell mal ein bisschen machen. Aber ich denk mal. Ihm würde die Star Wars auch noch gut gefallen. Ja. Die Deadpool auch. Und die Deadpool auch. Ja. Aber die. Assassin's Creed. Ja. Ist nicht so. Ressent. Wäre jetzt noch so eine ähm. Float? Fall auf Box dabei. Dann wärst du voll dabei. Äh. Ja. Auf den anderen Seiten gibt es nochmal andere Sprachen. Deutsch, Englisch. Deutsch dabei? Nein. Ah ja. Haben sogar Deutsch mit drin. Deutsch, Französisch, Englisch. Ja. Schön. Ja. Also für den Preis finde ich sie wirklich sehr gut. Dann hat er einen guten Mehrwert rausbekommen. Äh. Die Figur. Warum ist das nicht gerade meins? Weil ich nicht so eingeformt bin. Aber äh. Äh. Falls ich euch mal mitnehmen soll. Und eben. Und euch seine Vitrine zeigen soll. Kann ich das gerne mal machen. Da stehen schon ein paar Aliens mit drin. Das war glaube ich jetzt. Mein vorletztes Jahr. Mein Valentinstagsgeschenk war tatsächlich eine Alien Figur. Die auch nicht gerade sehr klein ist. Und äh. Ja. Ich war überrascht, dass ich aber so viel gekannt habe. Mhm. Weil ich eigentlich mit solchen Themen nicht so bewandert bin. Und dann sehen wir mal was wir da nächsten Monat extra bekommen. Oder besser gesagt. Und äh. Dann freue ich mich schon auf die nächste Box. Das ist dann die Ludwig. Die ist unterwegs. Die müsste jetzt äh nächste Woche anfangen. Und dann werde ich ihn natürlich auch wieder direkt auspacken. Ihr kennt mich. Ich kann nicht äh die Box äh hier lange stehen haben. Ich hab ihn jetzt schon genervt, damit er die hier auspackt. Damit ich die auch auspacken kann. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr andere Wünsche, Ideen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und äh schaut bei ihnen vorbei, wenn ihr von zu bespricht. Und äh dann bis zum nächsten Video und bis dahin. Tschüss. Tschüss.